Heute. 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 Mein Charakter in Minecraft ist Neubitz. Und meine Sprache in Minecraft ist Deutsch, German. Und meine Sprache in Minecraft ist Deutsch, German. Das war's für heute. 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 So, jetzt geht's weiter. Das war's für heute. 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 Das ist für heute. Das war's für heute. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das war's für heute. Ich bin... 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 Ich... Ich bin... 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann gehe ich wieder weiter Untertitelung des ZDF, 2020 ich habe eine playstation 3 habe ich eine playstation 3 und habe ich auch noch die playstation 1 ich habe zwei konsolen im prinzip zwei stück mit der playstation und ich habe sogar noch von der playstation 1 die original demodisc und die funktioniert sogar noch die demodisc denn bei mir ist es nämlich so ich habe die playstation 3 habe ich und ich habe die playstation 4 spiele aber aber eine 4 ich weiß nicht ob ich mir die holen wo ich meine fünf oder schon mit direkt ein pc oder schon mit beides mehr er beides keine ahnung ob man nicht was holen und 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 du gehst dahin mann du bist weg von den kreis dann komm her so 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 aber das x-ray hat geil es gibt hier in minecraft aber auch einen trick um x-ray zu benutzen das habe ich mal gesehen auf youtube das haben irgendwelche streamer gezeigt so man ey so scheiße ey so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist hier ein, äh, links aber ein, oh, ich muss mal gucken. Ich habe auf diesen Server hier, äh, wie soll ich sagen, äh, der ist, äh, 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 das habe ich bei einem anderen gesehen, der auch ein Server-Eigentümer ist, aber der, äh, ich habe es auch mal bei einem gesehen, wie das funktioniert, aber ich weiß nicht, bei wem ich das genau gesehen habe. Äh, ich habe das mal bei einem auf YouTube gesehen, da hat er gezeigt, irgendwie solche Bugs und Glitches und so. Und das soll ein Bugs sein, hat er gesagt. Und da braucht man ein paar Sachen für, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Äh, ich weiß das nicht mehr, was das genau sind, was man dafür braucht. Ist auch gut. Ja. 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 Außer man macht, wenn man es macht, dann repariert man es. Aber als schon mal hier was richtig kaputt war, habe ich schon mal ein Back-Up aufgezogen. Hm. derjenige der hier wahrscheinlich zu guckt das ist nicht mehr da wahrscheinlich ich weiß es nicht mehr genau und 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, alter, alter, alter. Herzlich willkommen bei diesem Special Report. Jetzt dreht sich alles rund um das Thema Afghanistan und jetzt neben mir Platz genommen hat. Es gibt dunkle... Es gibt dunkle Orte im Internet, die man niemals besuchen sollte. Orte, die für das eigene Leben gefährlich enden können oder die zumindest von den Bildern, die man... Alter... Bis zur letzten Sekunde herrschte ein Ausnahmezustand am Flughafen Kabul. Die Situation... So... Die Großmutter des Täters spricht vor Gericht. Mein Enkelsohn Stefan Ruby wurde für schuldig befunden, für die Tode an den verletzlichsten Personen in seinem Leben, welche keine Gefahr für ihn darstellten. Seine Mutter und seine kleine Schwester. Während... Ich habe auch einen guten Tipp jetzt angenommen, dass man... Kurze Werbung dann, Leute, bevor dieses Video startet, Leute, wollten wir etwas ankündigen, denn es wird etwas Wunderbares passieren. Genau, und am 12. September 2021 findet am Bonner Kulturgarten unser nächstes Leipenband statt. Gewitz am Topf, live on stage, game is on. Corona-Zeit, zwar eine... Ach man, ey, YouTube. Mach doch mal, was ich dir sage. Ich darf euch erstes mal erkennen. donut-Zeit, zwar eine... Videos bei dir haben. Vielen Dank.